hey leute schön dass er wieder mit dabei seid auf meinem youtube kanal kx drifting racing online heute mal wieder ein paar eiste drifts von slisco könnt ihr euch hier mal wieder rein ziehen und ja wir fahren hier mit dem m3 844 ps heißt im game dtm 46 wünsche euch viel spaß abo liken kommentieren natürlich bis zum nächsten mal ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020